ja die johle sind was geht ab und leid ist wieder am stadt und versprochen von gestern mache ich heute ein skr-os video also ich um um die stimme jetzt gerade nach dem gameplay auf weil ich habe das gameplay gerade aufgenommen ja und thema ich habe mich abgepackt beim longboard fahren läuft scheiße ein halbes knie ist jetzt einfach offen und das tut scheiße weh ne ja wie soll ich sagen ich war mit meinem cousin draußen da sind wir so einen bergunter gefahren und das ding ist es hat vorher richtig hart geregnet und ich meine auch richtig hart weil wir waren davor einmal kurz im laden und dann haben wir rausgeguckt es hat angefangen zu regnen und das wasser ist vom dach so richtig runter wie so ein wasserfall ist einfach runtergefahren ja was soll ich noch sagen also wir sind so einen berg runtergefahren es war nass wie gesagt und ihr müsst euch vorstellen ich fahre mit meinen Fußspitzen nach rechts nach vorne plötzlich hinter mir also mein rechtes Bein ich merke so dass es so wackelt plötzlich fliegt mein Longboard hinter mir also die rechte Seite wenn ihr von links aus guckt guckt dann die rechte Seite vom Longboard ist einfach nach hinten gerutscht ähm also nicht nach hinten gerutscht sondern genau an die andere Seite noch links und ich war ja recht ich guck nach rechts und mein Longboard ist einfach nach links unten weggerutscht aber nur die hintere Seite dann wäre ich eigentlich auf Kopf und auf dem ähm Brustkopf gefallen aber dann habe ich mich die ganze herumgedreht oder keine Ahnung wie ich da rumgefuchtel hab mit meinem Körper und da bin ich auf ähm Knien und Ellenbogen gelandet und ich hatte Shorts und T-Shirt an da bin ich so den ganzen Berg runtergerutscht boah scheiße ne es hat so weh getan aber irgendwie ich habe nichts gesehen dass es ähm dass ich irgendwas hatte ne also ich dachte hä wie wie passiert sowas ich bin dem Berg halbnackt sag ich mal okay jetzt nicht halb nackt aber mit offener Kleidung mit offener Kleidung bin ich da runtergerutscht ich denke mir wie kann ich keine Verletzung haben ich habe mich doch so hart gerutscht aber ein Glück dass ähm meine Hände und so nicht verletzt waren plötzlich guck ich so um ähm an meinem Bein aber ich hab ja Shorts an und ich sehe einfach so wie der Blut runterläuft oh mein Gott ich mach so hoch mein halbes Knie war einfach offen was soll man einfach dazu sagen Pech ne so weinst du eigentlich mit diesem Thema haut rein bis dann tschau Extra eine ира Lubrwirtschaft Leute 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 sa und ich für ihr Outro